Hallo, ich bin Jessica Lembke von der Heilpraxis 35 und ich freue mich heute Ihnen etwas über Wingwave, die Coaching-Methode, erzählen zu können. Die Wingwave-Methode ist ein Leistungs- und Emotionscoaching, das für den Klienten spürbar und schnell in wenigen Sitzungen zum Abbau von Ängsten, Leistungsstress und zur Steigerung von Kreativität, Mentalfitness und Konfliktstabilität führt. Verschiedene Studien haben belegt, dass Wingwave messbar das körperliche und mentale Leistungsvermögen steigert und nachhaltig beruhigend auf das Stressgedächtnis wirkt. In meiner Praxis wende ich diese effektive Coaching-Methode auch bei beruflichen Konflikten oder zur beruflichen Neuorientierung und zur Ressourcenaktivierung der eigenen Potenziale an. Ich freue mich auf Sie, bis bald!